Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, Dir diese alternative HEIM-Methode näherbringen zu dürfen. Ich werde Dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und Dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass Du dabei bist und wünsche Dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Podcast. Ich freue mich, dass Ihr wieder dabei seid. Heute haben wir eine lokale Folge aus Kur. Ich habe zwei von meinen bekannten Freunden eingeladen, die auch mit Homöopathie-Erfahrung haben, ein bisschen zu schwätzen über Homöopathie und wir haben hinterher noch ein interessantes Projekt vorzustellen. Aber dazu kommen wir dann später. Ladies first, Karin Hobie ist da. Hallo. Und Ihr Mann, Thomas Hobie. Hallo. Und ich, Marvin Zander. Willst Du Dich kurz ein bisschen vorstellen, Karin? Ja, ich bin Karin, 41, wohne in Chur, bin ursprünglich aus dem Kanton Aargau, habe zwei Kinder, drei- und vierjährig und bin vor allem mit dem Muttersdasein beschäftigt. Schreibe aber auch sehr gerne. Wir sind selbstständig, Thomas und ich. Und wir geben Bücher raus und haben ganz viele Aufträge und viel zu tun. Sehr gut. Der richtige Schweizer Lifestyle, gell? Genau. Man ist kein Schweizer, wenn man nicht viel zu tun hat, oder? Okay. Ich habe keine Schweizer Witze einverstanden. Okay. Da habe ich mich immer sehr die Nässe in gesetzt, als ich Lichtensteiner Witze gemacht habe. Als ich das noch nicht wusste, dass man da keine Bankenwitze macht. Oh. Ja, wusste ich nicht. Okay. Ein Patient vergrault damals. Thomas? Magst Du Dich auch noch kurz vorstellen? Ja, es ist eigentlich schon fast alles gesagt, aber mein Name ist Thomas, 45, habe selbstverständlich auch zwei Kinder, die gleichen wie meine Frau. Muss man heutzutage dazu sagen. Ja, das muss man erwähnen. Ursprünglich bin ich Lehrer, aber ich habe mich dann ziemlich schnell dem Journalismus zugewandt und jetzt haben wir eben zusammen seit bald vier Jahren diese PR-Agentur. Super. Da kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Mich erinnert es gerade, dass ich Dich kennengelernt habe, lange bevor wir uns persönlich kennengelernt haben über Deinen Artikel, den Du geschrieben hast, wo Du Homöopathie in der Zeit der Kinder angewendet hast. Da hast Du mal so einen Blog-Eintrag gemacht. Wenn wir den wiederfinden, verlinke ich den auch noch. Okay. Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, dass ich den geschrieben habe. Ja, der ist auch schon sicher drei, vier Jahre. Mal gucken, ob wir den wiederfinden. Okay. Da hast Du nämlich geschrieben, wie das für Dich ist, jetzt frisch Mutter zu sein. Ach so, das. Und da kam ein ganz kurzer Bereich auch über die Homöopathie vor und ich weiß, dass es eben einer der ersten Artikel ist, den ich über die Facebook-Seite geteilt habe, wo Stefan mir gesagt hat, Du musst den Artikel A lesen und B teilen und Karin hoch. Ich sage, wer ist denn das? Ich teile nicht irgendwas von Fremden an. Ich war damals nur ganz streng mit der Facebook-Seite, weil das ist immer so, wenn Du für einen Werbung machst oder den machst Du für alle Werbung. Aber das haben wir das Konzept schnell beendet und Stefan hat den Artikel nämlich geteilt. Mal gucken, ob wir den wiederfinden. Den könnte ich dann noch teilen, weil der war sehr gut. Sprich, hat vielen Müttern aus dem Herzen gesprochen, das weiß ich noch. Ja, ich habe das mega gerne gemacht und auch ich habe einige Blog-Einträge gemacht zu diesem Thema, weil das natürlich etwas ist, was einen sehr beschäftigt. Ein neues Leben mit kleinen Kindern, was man da alles erlebt und überhaupt nicht darauf vorbereitet ist und das war für mich natürlich ein ideales Thema zum Schreiben und da könnte man ja jeden Tag Berichte drüber schreiben. Wie bist Du zum Schreiben gekommen? Oh, wie bin ich dazu gekommen? Also zuerst bin ich mal zum Lesen gekommen. Also sobald ich überhaupt lesen konnte, habe ich ein Buch nach dem anderen gelesen. Das war schon immer meine liebste Beschäftigung. Und irgendwann wusste ich, das war noch im Schulalter, irgendwann schreibe ich mein eigenes Buch. Ich weiss, das ist so der Traum von vielen, aber ich habe das wirklich, wirklich ernst gemeint. Ich wusste, dass irgendwann in dem Bücherregal ein Buch von mir stehen wird. Und ich habe dann auch während der Schulzeit mal einen längeren Text geschrieben und ich kann mich noch erinnern, dass ich den Text der Lehrerin, der Deutschlehrerin gegeben habe, zum mal ein Feedback bekommen, ob ich das überhaupt kann. Und ich weiss noch, dass meine Mitschüler das gar nicht cool fanden, weil sie dachten, ich will mich da irgendwie einschleimen bei der Lehrerin und besser dastehen. Aber mir ging es wirklich nicht darum, sondern ich wollte mal wissen, was jemand von aussen zu meinem Text meint. Und wie war das Feedback? Sie hat das ernst genommen. Sie hatte echt Freude. Sie hat das ernst genommen. Sie hat mir den Text korrigiert. Ich habe das noch so in ein liniertes Heft von Hand geschrieben, mehrere Seiten. Und die hatte wirklich Freude und hat mir das auch gesagt und ein gutes Feedback gegeben. Also die hat mich wirklich motiviert, diese Deutschlehrerin weiterzumachen. Sehr gut. Wir sprechen am Anfang noch so ein bisschen über Homöopathie. Und dann kommen wir zu dem, da habe ich nämlich noch ein paar Fragen zu eurem Verlag oder PR-Agentur, wie es richtig heißt. Es ist halt eine Kombination aus Weitungen. Okay, genau. Da sprechen wir nachher noch drüber. Weil ihr seid ja auch zwei begeisterte Homöopathie-Fans, kann man so sagen? Ja, kann man sagen. Magst du ein bisschen sagen, wie bist du überhaupt sozusagen zu uns in die Praxis gekommen? Du bist ja bei meinem Chef in der Behandlung. Aber wie bist du auf uns gestoßen? Also zum ersten Mal Kontakt hatte ich vor vielen Jahren. Also das ist, glaube ich, über zehn Jahre her. Da war ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich bin eine sehr emotionale Person und ich weiss noch, dass es irgendeine emotionale Geschichte war, die mich beschäftigt hat. Und darum ging ich zu Stefan. Und er hat mir, ich weiss noch, als ich bei ihm dort in seinem Zimmer, in seinem Büro saß, hat er Sachen zu mir gesagt. Ich meine, ich war noch keine 30 und habe so gedacht, wieso weiss der das? Ich war völlig, ich habe das gar nicht erwartet. Ich habe sowas noch nie erlebt. Er hat mir ein paar Fragen gestellt und hat nachher irgendwie Bescheid über mich gewusst. Und das hat mich echt beschäftigt nachher. Und ich war dann eine Weile nicht mehr da. Ich glaube, das nächste Mal war dann wirklich erst, als es um Schwangerschaft und Kinder bekommen ging. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, da wurde es dann eher intensiv, dass ich wieder auf die Idee kam, da war doch mal dieser Stefan Bauer, der wusste so viel und hat mir wirklich weitergeholfen. Und ja, irgendwie bin ich zurückgekommen auf ihn. Und ja, das hat dann mit den Schwangerschaften gestartet, dass ich wieder regelmässig zu ihm ging. Wie war das für dich, Thomas, als sie von dem verrückten Typ heimkam, der alles über sie wusste? Hat sie es erzählt? Ja, das war natürlich vor unserer Zeit. Okay. Da kannten wir uns noch nicht. Aber sie hat ja dann eben erneut Kontakt aufgenommen und hat dann auch bei mir mal die Empfehlung gemacht, ich soll doch vorbeischauen. Und ja, am Anfang war ich sicher skeptisch und wollte da nicht unbedingt so, weil ich halt noch eher auf der klassischen Schulmedizinschiene war. Aber ich hatte dann einige Zeit einfach so hartnäckig husten, dass ich den, egal was ich nahm, einfach nicht mehr wegbekam. Und da hat sie dann wieder gesagt, geh doch mal dorthin und schau es von einer anderen Seite an. Und nach einigen Hinweisen habe ich mich dann entschieden, um mal vorbeizugehen. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr spannend, das mit dem Ausgefragtwerden. Und ja, zum Teil hatte ich so den Eindruck, das sind doch keine Fragen, die meinen Husten betreffen. Ja, man kennt es halt vom Arzt her, der schaut dann vielleicht in den Hals hinein und sieht eine Rötung und verschreibt das Medikament. Und da war es dann halt eben so der ganzheitliche Aspekt. Und vielleicht ist es ja eben nicht nur das Hustensymptom, sondern es steckt mehr dahinter. Und das habe ich dann auch wirklich geschätzt, weil dann wurde man so mal wirklich als ganzer Mensch wahrgenommen. Und es hat dann auch tatsächlich geholfen. Ich kann mich auch noch erinnern, als du das erste Mal dann da warst. Wir haben uns zum Mittagessen verabredet und das ging so lange. Du bist viel zu spät zum Mittagessen gekommen. Und ich habe gedacht, oh, ist irgendwas nicht in Ordnung? Da war ich wieder das zweite Mal, war ich sehr erstaunt. Ja, eben zum Arzt geht man irgendwie so schnell und das geht jetzt irgendwie seit eineinhalb Stunden, meldet er sich nicht. Ich war ja beim Mittagessen auf ihn und er kam dann zurück und hat, also ich glaube, das hat dich auch mega fasziniert, was da alles zum Thema kam, welche Gesprächsthemen ihr hattet. Also ich habe auch dich kennengelernt als jemand, der es liebt, diese andere Sichtweise einzunehmen. Also ich glaube, die zwei Mal, wo wir auch gesprochen haben, war das immer der Punkt auch, wo ich dich dann auch berührt habe, wenn ich einfach mal den Blick geändert habe. Und das habe ich gemerkt bei dir, das ist auffällig für mich, wenn ich mit Männern arbeite, weil die meisten Männer haben den Blickrichtungsveränderungen nicht so gern. Ja, es ist ja auch speziell. Wir sind gerne auf ihrem Weg und so plötzlich nach einem Gespräch, aha, das kann man auch so sehen. Das habe ich immer beeindruckend gefunden, so bei dir, dass du das auch so schnell adaptiert hast und auch immer ich das Gefühl hatte, wenn wir dann das nächste Mal uns gesehen haben, das hast du auch gerade dann umsetzen können. Ja, aber auf der anderen Seite war ich eben zum Teil auch erstaunt. Was soll die Frage? Oder es wurden Fragen gestellt, die ich mir vielleicht gar noch nicht so durch den Kopf gehen gelassen habe. Also so im Sinn von, diesen Aspekt habe ich gar noch nicht beachtet und habe auch spontan keine Antwort. Da muss ich dann immer wieder überlegen, wie war denn das und so. Aber ja, wenn es eben dazu hilft, ganzheitlich angeschaut zu werden, dann beantworte man diese Fragen dann auch gerne. Ja, und wenn es sich beruhigt, das geht mir immer noch so. Wenn ich zum Homöopathen gehe, dann fragt der mich irgendwas und ich sitze dann auch auf der anderen Seite. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ja, das ändert sich nicht. Weil der Mensch ist so einzigartig und auch der eigene Fall ist so einzigartig. Und was wir wahrscheinlich alle drei wissen, ist, jemand anders von außen hat einen ganz anderen Blick. Also auch jeder Therapeut sieht natürlich auch wieder was anderes. Deshalb ist es auch so wichtig, dass es mit dem Therapeuten auch stimmt. Weil wenn ich mich von dem nicht verstanden fühle, dann sieht er den Aspekt, der so wichtig ist, auch nicht. Ja, und deshalb geht es mir immer noch so, gerade wenn ich dann an die SAI fahre ich ja, also die zweieinhalb Stunden nach Zug, mit dem Zug. Und da gibt es ja viele Therapeuten, da passiert es mir öfter, dass ich dann auch mal bei einem anderen bin, weil der hat gerade Zeit. Und da merke ich dann, wenn jemand anders mal drauf guckt, der stellt natürlich dann auch aus seinem Blickwinkel ganz eine andere Frage. Und sieht dann plötzlich, das ist gar kein Arbeitsthema, sondern das ist ein Kindheitsthema, was da wieder hochkommt. Je nachdem, was der auch denn für eine Vorbildung hat. Aber das ist ja auch bei euch zwei spannend. Also ich weiß nicht, vielleicht haben die meisten nur entweder dich oder Stefan. Aber bei uns ist es ja eben, manchmal macht man einen Termin längerfristig ab, dann kann man wählen und manchmal braucht man ihn wirklich schnell. Und dann gehe ich halt eben entweder zu dir oder zu Stefan, egal wer dann schneller Zeit hat. Und es ist, obwohl der Kontakt ja nicht so intensiv ist, beide wissen immer, worum es geht. Also das finde ich einfach auch noch spannend so. Aber ich denke, ihr tauscht euch auch aus. Eins ist das. Das Zweite ist, dass wir aus demselben Stall kommen. Also nicht nur von der Ausbildung her, sondern wir auch extrem eng zusammenarbeiten. Also wir haben ja jeden Tag zwei Treffen, wo wir uns sehen. Und das jetzt seit über acht Jahren. Und das prägt einfach auch die Persönlichkeit. Gibt es dann gewisse Überschneidungen, wo meine Frau manchmal sagt, das war jetzt ein klassischer Stefan. Oder so. Aber auch, was Karin bemerkt hat, ist, wenn Stefan aufschreibt, er hat gegeben, die und die Arznei in der und der Potenz. Dann steht da ja eine Abkürzung, da steht dann zum Beispiel Apis C200. So, das sagt euch beiden jetzt verhältnismäßig wenig, außer ihr kennt die Arznei. Für mich steht da aber, je nachdem in welchem Kontext er das macht, stehen da fünf bis zehn Seiten aus dem Buch. Abgekürzt in diesen drei Buchstaben plus der Potenz und dann sehe ich den Behandlungsgrund. Und dann weiß ich, wie Stefan gedacht hat, was er behandelt, was sein Ziel ist, was er erwartet und was er wissen will. Und das sehe ich alles in den drei Abkürzungsbuchstaben. Weil das ja steht für einen gesamten Menschen. Und das ist so faszinierend, dadurch ist auch, wenn wir zum Beispiel reden, haha, das ist ein Phosphor-Typ. Dann ist das erstmal nur ein Wort. Aber gerade wenn es so ein Tiefwirkner Arznei betrifft, dann heißt es, ich kann sogar bis hin über seine genetische Prägung eventuell was aussagen. Je nachdem, in welcher Potenz es gegeben ist, kann ich dann manchmal umblättern und weiß schon vorher, was ich jetzt finden werde in der Arne. Welche Krankheiten in dem Arne stehen. Dann kannst du eigentlich genau nahtlos anknüpfen in der letzten Behandlung. Ich kann sehen, weswegen hat er das gegeben und was hat er gegeben und in welcher Potenz. Und bedeutet, ich habe 60% des Falls schon verstanden. Und das geht aber auch nur, wenn man das immer wieder auch abgleicht. Also immer wieder auch in den Supervisionen schaut, was ist der Kern der Arznei. Und ich kenne bei ihm, weil er mein Lehrer ist, jetzt seit 8 plus 4, 12 Jahren, ich ihn als Lehrer habe, weiß ich halt, wie er tickt. Und er weiß, wie ich ticke, wenn ich da was aufschreibe und so weiter. Das macht dann die gute Zusammenarbeit aus. Und das ist wirklich, finde ich, auch aus meiner Sicht Gold wert, mit jemandem so erfahrenen zusammenarbeiten zu dürfen. Ich finde, das spürt man bei euch auch. Eben gerade, wenn man hin und her switcht. Einmal war ich jetzt auch bei dir und dann wieder bei ihm. Ich spüre dann, dass dieser Austausch, das finde ich extrem wichtig. Oder auch, wenn Thomas zu dir geht und ich gehe zu Stefan. Und oft sind ja auch Themen zusammenhängend. Und es ist wichtig, dass ihr von uns beiden Bescheid wisst. Und das empfinde ich als extrem wertvoll. Man muss dann nicht nochmal alles erklären. Ihr wisst einfach Bescheid und das spürt man bei euch. Wie war es für dich dann, mit den Kindern zu gehen? Also nochmal über jemand anderen zu reden oder zu erklären? Das war für mich extrem wichtig. Also nicht nur war, sondern ist. Also allgemein mit den Kindern hat sich das intensiviert. Weil es geht nicht mehr nur, in Anführungszeichen, um mich, sondern um andere Menschen, für die ich verantwortlich bin. Und darum ist das für mich so wichtig, egal was bei Ihnen gerade läuft, dass ich zu euch kommen kann. Dass ich zuerst mal hinschauen kann, was brauchen wir jetzt, bevor wir einfach jetzt mal zum Arzt rennen. Und ich verurteile ja die Medizin nicht. Also, aber ich möchte zuerst einfach mal abwägen. Und ich habe das, genau mit den Kindern konnte ich das lernen, dieses zuerst mal beobachten und schauen, was machen wir jetzt mal als ersten Schritt. Braucht es schon was? Brauchen wir zuerst mal Ruhe und Zeit? Oder ja, dann habt ihr auch noch das Notfalltelefon, was ich weiss, wenn jetzt wirklich mal ausserhalb der Bürozeit ich anrufen muss. Und das gibt mir auch so viel Sicherheit. Ja, also gerade mit den Kindern, das ist für mich extrem von hohem Wert. Aber es ist ja eigentlich auch nicht nur ein Besuch, wenn etwas vorliegt oder wenn sie krank sind, sondern es ist irgendwie wie so eine Begleitung. Also wir gehen ja auch zweimal pro Jahr oder so, auch wenn eigentlich nichts Akutes ansteht. Aber einfach so, dass man weiss, ihr könnt die Entwicklung mit beobachten und wisst durch das vielleicht dann auch in einem Akutfall besser Bescheid. Also da kommt mir ja jetzt eben spontan der letzte Urlaub in den Sinn, als wir in Sardinien waren und unser Kleinster einfach plötzlich krank wurde. Und zwar wirklich mit sehr hohem Fieber und gar nicht mehr sich selber und nur noch müde. Und ich habe ja dann dich angerufen und du hast auch wieder diese zwei, drei Fragen gestellt, die ich beantwortet habe. Und nur schon das Gespräch hat irgendwie Ruhe vermittelt, weil du hast gesagt, ja, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Er hat wahrscheinlich Heimweh und also nicht nach uns, weil wir waren ja da, aber nach der gewohnten Umgebung, nach dem, was vertraut ist, nach seinen Spielsachen und so, gib ihm aus der Hausapotheke das und das. Dann wird er durchschlafen 16 Stunden und dann wird viel besser sein. Und es war tatsächlich so. Er hat vom Nachmittag an bis in den anderen Morgen hinein geschlafen und fühlte sich nachher schon ein bisschen besser. Und mir hat es auch Sicherheit gegeben. Und das ist ganz interessant, was du ansprichst, weil das hat auch nichts mit Hellseherei zu tun. Sondern wir haben im zweiten oder dritten Jahr von, wo ich in der Praxis war, haben wir eine Qualitätssicherung durchgeführt über ein halbes Jahr. Da haben wir so Bögen mitgegeben, wo die Leute aufschreiben mussten, was in den ersten zwei Wochen nach einer Arznei passiert. Und das war am Anfang eigentlich mehr so ein Projekt zu schauen, wie schnell eine Arznei wirkt. Das war eigentlich die Idee. Und dann haben wir die aber natürlich auch ausgewertet, auch dann je nach Arznei. Und wir haben festgestellt in dem Zusammenhang etwas, was Stefan schon mehrmals aufgefallen ist und was bestimmte Bücher auch schreiben. Aber nochmal ganz explizit, ohne dass wir den Patienten aufgefordert haben, das zu beobachten, dass bestimmte Arzneien bestimmte Wirkungen machen. Also es gibt so ein paar Arzneien, da haben wir so viel Feedback bekommen und so viele auch erfolgreiche Fälle, die sonst kann man ja nicht auswerten, wo bestimmte Mittel auch ganz explizite Wirkungen eben auch haben. Und das wiederum kann man dann benutzen, auch für sich selber gewisse Sicherheit zu bekommen. Einerseits in dem, was man ankündigt, aber auch in der Kontrolle. Also hat mein Mittel auch wirklich funktioniert? Sehe ich denn, wenn es den, wir haben teilweise von einigen Mitteln über 50 Rückmeldungen, oder? Und das dann sieht man bei 48 davon, die haben geschwitzt oder bei 48 davon, die haben weniger Appetit gehabt nachher, weil sie vorher übermäßigen Appetit hatten zum Beispiel. Und dann kann man auch in der Kontrolle dann wieder viel besser sehen, hat mein Mittel auch wirklich gewirkt? Weil es sich sozusagen mit den objektiven Verbesserungen, ohne dass ich aufgefordert habe, auf den Appetit zu schauen. Und das ist ein, ich weiß nur, was ich gegeben habe, das war eben auch so Mitte, wo wir wissen, okay, das passiert so häufig bei Kindern, dass die, wenn das passiert, man weiß, super, dann kann man sich zurücklehnen. Ja, du hast die Frage vorweggenommen. Ich wollte Fragen nach einem eindrücklichen Homöopathie-Erlebnis, das haben wir jetzt schon abgehakt, hervorragend. Na gut, es gibt noch ein zweites bei meinem Husten. Dann nehmen wir das gern noch. Weil da musste ich irgendwie über drei Tage etwas nehmen, bei diesem ersten akuten Hustenfall. Da hat ja wirklich vom Arzt her so Mittelchen haben nicht gewirkt, also über drei Monate. Und dann habe ich von euch diese Kügelchen bekommen, habe die genommen und so nach dem ersten Mal praktisch keine Wirkung gemerkt. Beim zweiten Mal war es extrem. Da hatte ich den Eindruck, das verschlimmert alles noch, aber es hat in Wirklichkeit dann einfach eben zu arbeiten angefangen und zu lösen und gewirkt. Und nach dem dritten Mal war der Husten weg. Und ich habe drei Monate herumgedoktert. Hast du noch so ein Erlebnis, was für dich so, also ich denke, du bist ja schon länger dabei, es gibt sicher einige, aber was du so besonders auch beeindruckend gefunden hast für dich? Ja, also für mich war ein besonderes Erlebnis, ich weiss gar nicht, wie viel es jetzt wirklich mit Homöopathie zu tun hat, aber mit Stefan, die Geschichte mit meiner Kopfoperation. Ich hatte einen Tumor an der Hirnhaut und ich habe schon längere Zeit gefühlt, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Aber da es sowieso schon so eine Situation war, wo ich sehr erschöpft war, wenig Schlaf mit kleinen Kindern und so, da habe ich halt gedacht, ich bin halt müde und so. Und für mich war es sehr beeindruckend, als ich dann mal zu Stefan ging und er mir sagt, jetzt ist Zeit, das ärztlich abzuklären. Und das war für mich auch sehr wichtig, dass ich wusste, dass eben beides oder verschiedene Möglichkeiten wichtig sind. Und überhaupt die ganze Begleitung dann von ihm, also ich habe dann zum Beispiel auch, als das Emery ausgewertet wurde, konnte mir das niemand so richtig erklären in einer Sprache, die ich verstehe. Da ist auch Stefan mit mir hingesessen und hat mir das nochmal erklärt. Und also diese Begleitung war für mich, mit ihm auch darüber zu sprechen und mich auf die Operation vorzubereiten, das war für mich, glaube ich, etwas vom Wertvollsten, was ich bis jetzt erlebt habe. Das ist ihm auch unglaublich wichtig. Also für seinen Anspruch an einen Homöopathen, egal welche Schule der gemacht hat und was der homöopathisch kann, sein Anspruch ist immer, dass die Basis einer vernünftigen homöopathischen Verschreibung immer die Medizin ist. Weil darauf bauen wir auf, aus der Anatomie, aus der Physiologie. Und es ist auch wirklich bis hinein in die Homöopathie wichtig. Wir haben sogenannte Symptome, die nennen sich pathognomonisch, das heißt, sie gehören zu den normalen Symptomen einer Krankheit. Zum Beispiel, dass bei Rheuma Anlaufschmerzen sind. Bis ich angelaufen bin, habe ich weh. Das sind keine Symptome, die wir in der Homöopathie verwerten können, sondern das sind normale Symptome, die zu der Krankheit gehören. Und das muss man einerseits wissen, man muss aber auch erkennen, wenn sie fehlen. Also zum Beispiel in einem Rheuma, falls er das nicht hat, ist dann wieder schon sehr speziell und kann in der Homöopathie eine richtungsweisende Symptome sein. Also es ist bis hinein in die Homöopathie, aber auch eben für die Betreuung von Patienten, dass ich eben so ein Laborblatt auch verstehe, lesen kann und den Patienten auch betreuen kann und weiß, was ich da tue, auch um die eigenen Grenzen zu wissen usw. Also es spielten so viele Sachen rein, die einen professionellen Homöopathen aus Stefans Sicht ausmachen und eben auch von der ganzen SAI-Schule, wo wir studiert haben, dass ich das auch für ein Grundkriterium halte, überhaupt auch. Also ich könnte gar nicht so arbeiten, wie ich arbeiten könnte, ohne das ganze Wissen. Und deshalb sind wir auch überhaupt nicht dagegen oder raten dazu, das nicht zu machen oder dann die Medikamente nicht zu nehmen. Wir sehen uns dann insofern einfach als Begleiter. In welcher Art auch immer. Und dazu braucht man dann genau das Wissen. Ihr habt ja auch eine ganze Menge Wissen zusammengetragen, Thomas, aus der journalistischen Ecke und vom Radio, gell? Und du von deiner Schreiben- und Autoren, nein, Lesebegeisterung. Und habt ihr dann, ich glaube, das erste Buch direkt auch über den Verlag rausgebracht, gell? Genau. Also das war so auch der Ursprung. Das erste Buch war fast schon ein bisschen zuerst da, die Idee für das Buch. Und ja, daraus entstand dann die Idee, selber einen Verlag zu gründen. Und ja, wir wussten ja, wir werden weitere Bücher herausgeben. Und da haben wir so viele Ideen. Und wir haben auch gemerkt, die Leute auf uns zukommen, die selber auch Bücher herausgeben wollen. Und da können wir heute jetzt bereits abwägen, was passt zu uns, was passt nicht zu unserer Firma. Und ja, das ist schon eine ganz spannende Sache. Wie ist die Idee entstanden? Habt ihr das zusammenentwickelt? Oder hat jemand gesagt, hat es jemand von außen zukommen und gesagt, hey, das ist total viel einfacher, wenn ihr da einen Verlag macht? Nein, das überhaupt nicht. Also nein, der Grundgedanke war sicher so, dass Karin ihr Buch schreiben wollte. Und es gibt ja einfach die Möglichkeit, dass man sich einen Verlag sucht. Und das ist aber ziemlich schwierig. Vor allem, weil das Buch, das erste Buch, das Karin geschrieben hat, das sind 30 Porträts über Kurerinnen und Kurer. Lebenstraum Kur. Und das ist so begrenzt auf die Region, dass sich da kein Schweizer Verlag würde finden lassen, wo man sagen kann, doch, das ist etwas, was man groß rausbringen kann. Und da haben wir dann ziemlich schnell gesagt, ja, dann machen wir es halt selber, machen wir einen Verlag. Können wir einen Verlag. Können wir einen Verlag. Sehr easy. Ja. Nein, das haben wir wirklich gedacht, aber es ist dann eben doch nicht so easy. Und wir haben uns dann eben deshalb eigentlich mit der Kommunikationsagentur selbstständig gemacht, vor bald vier Jahren. Und einfach, eigentlich, ich erkläre es immer so, jeder große Verlag hat seine eigene PR-Abteilung. Und bei uns ist es jetzt einfach die PR-Agentur, die den eigenen Buchverlag hat. Und das ist ein Teilprojekt von uns. Und eben wie Karin gesagt hat, ihr Buch ist das erste gewesen. Dann hat sich, ja, eigentlich das eine und das andere ergeben. Dazwischen ist dann noch das zweite Buch von Karin gekommen. Aber jetzt haben wir in diesen dreieinhalb Jahren zehn Bücher veröffentlicht und jetzt im Herbst dann wieder drei. Also insgesamt 13 Bücher und nur zwei davon sind von Karin selber. Und alle anderen Autoren sind auf uns zugekommen, haben Kontakt gesucht, haben Manuskripte eingeschickt. Und wir haben dann aus unserer Sicht ein Potenzial gesehen und sind jetzt der Meinung, dass wir da ein tolles Spektrum haben. Super. Das werde ich auf jeden Fall auch noch verlinken, für die, die das dann mehr interessiert. Wir reden ja noch weiter über das, aber für die, die dann auf den Verlag noch mal schauen wollen, was hier so lokal in Chur abgeht, werde ich das auf jeden Fall dann noch verlinken, falls jetzt gerade, oh, das will ich mal gerade angucken. Aber noch zu Ende hören. Unbedingt. Ich habe eine kleine provokative Frage jetzt ausnahmsweise. Grundsätzlich habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das Buch so ein bisschen tot ist. Also ich komme persönlich nur noch dazu, um Empathiebücher zu lesen. Für alles andere fehlt mir absolut die Zeit mit zwei Kindern. Außer natürlich die Gute-Nacht-Geschichten. Aber das holen wir aus der Bibliothek. Also wir kaufen so gut wie keine neuen Bücher. Ich habe mich auch von all den Büchern, die man so jetzt sammelt über Jahre, habe ich mich eigentlich mehr oder weniger getrennt. Weil ich viel jetzt auch auf den Hörbüchern bin. Also ich habe dann eine Zeit lang auf dem Weg zur Arbeit oder auf den langen Fahrten nach Zug, habe ich dann halt Hörbücher gehört. Ich bin auch nicht umsonst am Podcast und nicht schreiben, kein Blog, sondern ein Podcast. Reden und Sprache mir mehr liegt als Lesen und Schreiben. Obwohl ich es sehr gern gelesen habe, auch viel gelesen. So Fantasy, Herr der Ringe, rauf, runter. Das hat mir sogar meine Mama zweimal vorgelesen. Die gesamte Herr der Ringe. Wahnsinn. Echt? Okay. Und diese Vorlesen vielleicht, weil meine Mama so viel vorleset, vielleicht ist deshalb auch die Hörbücher für mich besser. Ich werde dann, wenn dein Hörbuch auskommt, werde ich mich dem dann noch widmen dürfen. Schön, das ist schon bald. Genau. Aber deshalb hatte ich immer so ein bisschen Gefühl, Buch ist irgendwie... Out. Tod. So. Aber ich bin ja froh drum, also wir haben ja auch ganz viele Kinderbücher, bin ich ganz froh drum, weil da ist Hörbücher jetzt ganz was anderes. Für den Sohn merke ich das. Der unterscheidet da wirklich strikt. Und ich habe auch gelesen, für die Hirnbildung macht das einen Unterschied, ob vorgelesen wird oder die Stimme vom Audio kommt. Also es einen Unterschied macht, für die Sprachentwicklung von Kindern, ob die ein Audio hören, ob die Fernsehen schauen oder ob die Eltern vorlesen. Macht einen riesen Unterschied für die Hirnentwicklung. Also auch dieses Vorlesen wirklich auch eine wichtige Sache. Deshalb machen wir das auch. Also jetzt nicht nur wegen der Hirnvororschung, ich lese auch gern vor. Wobei das bei mir immer mehr so ein Theaterstück ist. Auch cool. Papis Vorlesen. Riessehnliche Lesung. Am Anfang hatte ich Ärger mit Menschen auch. Weil sie sagt, du regst die Kinder auf. Weil bei dir gibt es Special Effects und Sound-Effekte. Und dann rennst du durch die Wohnung und so. Du sollst sie entspannen am Abend. Aha, ja, okay. Aber, sorry, provokative Frage. Ist das so oder ist das nicht so? Dass das Buch tot ist? Ja, als Medium. Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Das darf nicht sein. Aber ich glaube eher das. Nein, also ich finde es nach wie vor wunderschön, ein Buch in der Hand zu halten. Ich bin ja sehr der elektronische Typ, aber in Sachen Buch einfach überhaupt nicht. Also ich könnte nicht ein Buch so auf einem iPad als E-Book lesen, obwohl es unsere Bücher auch als E-Book gibt. Aber ich finde einfach, das Buch in der Hand zu halten, die Seiten umzublättern, auch mal flexibel im Bett lesen, auf dem Sofa, wo auch immer unterwegs, das kann man nur mit einem Buch. Und das Gleiche gilt auch für Zeitung. Also man kann sie heute auch als E-Paper lesen, aber ich finde einfach immer noch, sich an den Tisch zu setzen, die grossen Blätter umzublättern, ich finde das etwas Schönes. Und das andere, was du angesprochen hast, die Hörbücher, das ist ja eigentlich auch ein Buch. Also es muss ja auch zuerst geschrieben werden. Es geht ja um Literatur. Und ob ich es jetzt in Buchform oder in Hörbuchform konsumiere, es geht da ja um den Inhalt. Und deshalb denke ich, die Literatur, die wird nie aussterben. Einer konsumiert sie in Buchform, der andere in Hörbuchform und der dritte in E-Book-Form. Also ich bin auch wirklich so, dass ich mir alles ausdrucken muss. Es gibt ja für Homöopathie auch wirklich viel, so E-Reader, Bücher und so. Und auch die Seminare dann. Aber für die echten Informationen in der Praxis, da an dem Bildschirm kann, also ich kann so nicht arbeiten. Wenn ich wirklich lerne, muss ich mir das ausdrucken. Das ist ja das Gleiche mit dem papierlosen Büro. Da hat man ja vor einigen Jahren gesagt, da wird Drucker braucht man nicht mehr, Papier braucht man nicht mehr, alles elektronisch. Und heutzutage, also ich weiß nicht, ob mehr oder gleich viel ausgedruckt wird, aber es wird sicher immer noch gedruckt, weil der Mensch hat einfach gewisse Sachen gerne auf Papier hat. Wenn ich zum Beispiel Korrektur lesen muss oder redigieren muss, das geht auch nicht am Bildschirm. Da brauche ich das Papier, muss hineinschreiben können und so weiter. Jetzt ist ja dein erstes Buch und dein zweites Buch, das sind ja wirklich zwei grundverschiedene Bücher. Absolut. Wie geht so etwas, dass man so einen starken Wechsel hat? Das liegt daran, dass ich einerseits zwar gerne Geschichten schreibe, die von mir erfunden sind, die aus mir entspringen. Andererseits schreibe ich aber sehr, sehr gerne über andere Personen, also über Geschichten, die tatsächlich so passiert sind, über andere Menschen. Ich höre auch wahnsinnig gerne anderen Menschen zu, die mir über ihr Leben erzählen. Ich habe zum Beispiel, ich habe mal eine journalistische Kürze besucht und könnte eigentlich journalistische Texte schreiben, aber das liegt mir gar nicht so. Ich bin eigentlich die, die gerne Porträts und Kolumnen schreibt. Das heisst eben über Gefühle, entweder über meine oder dann über die von anderen Personen. Und ja, das war für mich der Grund. Es kommt mir jetzt gerade wieder in den Sinn, ich habe das vergessen. Ich habe zu Thomas gesagt, ich schreibe so gerne Porträts. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, dann schreib doch, mach doch ein Buch daraus. Und wenn ich dann anderen Menschen zuhören kann und versuchen kann, ihre Gefühle auf Papier zu bringen, da entsteht so viel Leidenschaft dafür. Also ich liebe dieses Buch, Lebenstraumkur, genauso wie meinen Roman. der hat mich auch sehr mit den Menschen, die ich porträtiert habe, verbunden. Und das ist auch das, was ich immer wieder erlebe. Die Menschen, die ich interviewe, mit denen ich spreche, denen ich zuhöre, da entsteht immer eine Herzensverbindung, kann ich sagen. Also ein wunderschöner Kontakt. Es gibt selten Menschen, von denen ich nachher nie mehr was höre. Da haben sich sogar Freundschaften gebildet oder untereinander bei Lebenstraumkur Freundschaften gebildet. Und das ist etwas, was ich liebe. So fast Homöopath geworden, ne? Fragen stellen und zu hören und dann so eine Herzensverbindung zu haben. Ich sage das manchmal, weil es wirklich ein Teil ist, also es gibt wenig Sachen, die ich an meiner Arbeit nicht mag. Aber es gibt diesen Teil, dass wenn Leute gesund sind, sie nicht wiederkommen. Und man begleitet so jemanden über Monate, Jahre, intensiv. Ich habe teilweise ja wirklich auch Fälle, wo ich auf der Intensivstation zweimal am Tag hochgefahren bin und wie die begleitet habe in schlimmsten Situationen. Und natürlich habe ich mit einigen heute noch Kontakt, aber es ist ja auch beim Therapeuten ein Unterschied. Man will mit dem Therapeut eigentlich auch nicht befreundet sein. Und auch auf der anderen Seite ist es auch gefährlich, wenn man zu Patienten aktiv jetzt versucht, eine Verbindung aufzubauen oder als Therapeut, das ist ja dann auch ein bisschen creepy, oder? Weil ich, wenn ich mit den Menschen arbeite, dann liebe ich die Menschen, mit denen ich arbeite. Ich kann sonst nicht arbeiten. Ich mag alle meine Patienten. Auch wenn Kinder habe, zum Beispiel, die mir ins Gesicht schlagen, dann ist das für mich überhaupt kein Akt, dass ich den jetzt nicht mag oder so, sondern er zeigt mir sein inneres Problem. und das ist ein ganz intimer Kontakt, den ich habe. Aber die gehen dann halt, sobald sie nur besser ist. Und das ist wirklich ein Punkt, wo mich manchmal stört, dass ich so viele Menschen schon in mein Herz geschlossen habe, wo ich nicht mehr weiß, wo sind die heute, wie geht es denen, ich kann die auch nicht anrufen, dann, hey, du warst ja vor drei Jahren bei mir, wie geht es? Also, das ist... Das ist jetzt mein Vorteil. Genau, absolut. Merke ich gerade. Genau. Und kurz nochmal zurück, dann kommen wir da gerne noch drauf. Veröffentlichst du eigentlich auch über den Verlag dann die journalistischen Arbeiten oder etwas in der Art? Nein, ich bin ja jetzt eigentlich nicht mehr journalistisch tätig. Das war früher beim Radio und beim Fernsehen. Aber jetzt sind es halt wirklich, ist das Kommunikationsberatung und wenn ich da etwas schreibe, dann sind das Medienmitteilungen oder Publi-Reportagen und die werden dann aber irgendwo anders, das ist ja dann ein Kundenauftrag und die werden dann anderweitig veröffentlicht. Und Buchschreiber wäre ich gar keiner. Ich auch nicht. Also, ich weiss nicht, wie man das machen kann. Ich bewundere, wie Karin einen Roman schreiben kann, bei dem es über fast 300 Seiten einen roten Faden gibt und Spannung aufgebaut wird und die Geschichten dann so ineinander verworren sind und am Schluss geht alles auf. Also, ich hätte weder die Fantasie noch die Geduld, um da 300 Seiten zu schreiben. Und ich hätte so viel Fantasie, ich könnte jeden Tag, den ganzen Tag schreiben. Ich habe zu wenig Zeit. Ja. Ich habe mir mal zwei Bücher gekauft, die ich auch gelesen habe, wie man einen guten Roman schreibt. Okay. Und das waren zwei sehr gegensätzliche Bücher, deshalb habe ich sie gekauft. Ich habe da lang gesucht, welche ich nehme weil ich hatte erst überlegt, einen Autorenkurs zu machen, weil ich überlegt habe, ein Sachbuch zu schreiben für meine Partie irgendwann mal. So, das war eigentlich die Idee. Und dann habe ich halt aber für Sachbücher nichts gefunden, das halt ja mehr inhaltsorientiert ist, das ist ja je nach Sachlage. Und dann habe ich die zwei Bücher in die Sache bekommen. Ich hatte so ein ganzes Jahr lang, wo ich wirklich dann auch damit gearbeitet habe, dann muss man ja so Übungen machen und so all seine Ideen auch in so Notizbuch schreiben, habe ich alles ganz brav gemacht. Und ich habe aber ein großes Problem, wenn ich das Ende von meinem Buch kenne, habe ich keinen Bock mehr zu schreiben, es langweilt mich. Also ich liebe das, so diese verschiedenen Fäden und so zusammen und den Spannungsbogen bauen und ich mache das immer so, dass ich auch nicht weiß, wie es ausgeht und dann habe ich immer ganz lang, bis ich mich dann auf ein Ende so, so, bis ich das dann fertig geplant habe, sozusagen, oder? Und sobald ich es fertig geplant habe, denke ich, ach ja, jetzt muss ich auch nicht mehr schreiben. Also jetzt weiß ich ja, wie es zu Ende ist und das ödet mich dann an, die Zeit dann noch zu investieren. Deshalb würde ich nie so einen Roman schreiben können, außer ich finde auch einen Trick. Also vielleicht müsste ich es direkt schreiben und dann auch nicht wissen, wie es aufhört. Ich kann das nachvollziehen in dem Sinn, wenn ich ein Buch lese. Wenn ich da von Anfang an weiß, wie das ausgeht, dann lege ich das wieder weg. Ich brauche Spannung in einem Buch. Ich brauche immer wieder Wendungen, Unerwartetes. Aber wenn ich ein Buch schreibe, also bei meinem Roman, den ich herausgegeben habe, war das so, und bei dem, den ich jetzt schreibe, wird das auch so sein. Bei denen wusste ich das Ende von Anfang an. Und das Coole ist, von A nach Z zu kommen. Okay, der Weg. Der Weg, genau. Und das finde ich beim Schreiben so cool. Und wie das dann passiert, manchmal von alleine, wie die Leute dann irgendwas tun, wo ich mich echt frage, okay, du machst das jetzt, okay, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so. Aber den roten Faden bis zu Z zu bringen, das finde ich die Schwierigkeit am Ganzen. Also da verstehe ich schon, was Thomas sagt. Das war für mich schon auch nicht so einfach. Ja, vor allem, wenn es dann, wie jetzt in deinem Buch ja ist, mit sie liebt, die verschiedenen Fäden auch ja dann immer wieder auch so sich verbinden. Also du hast ja nicht einen Faden, sondern du hast ja einen Knäuel. Ja. Was sich ja dann wie beim Zopf, wer schon mal Zopf geflechtet hat zum Backen, die Zöpfe, meine ich. Das habe ich gelernt mal. Okay. Und dann habe ich gemerkt, dass es eben nicht so einfach, da alle, je nachdem, wie viele Stränge du hast, dass es nachher auch so ist, wie du willst. Und dass es aufgeht. Genau. Dass man nichts vergisst, dass man nicht irgendwo was versprochen hat, was nachher nicht gehalten wird oder so. Also das ist schon die Schwierigkeit. Da brauchst du dann sicher ein, zwei gute Lektoren. Ja. Weil man selber verliert ja nach so viel Arbeit völlig den Überblick. Absolut. Und es würde auch nie ein Ende nehmen. Man muss das Buch dann irgendwie wie mit allen kreativen Arbeiten wahrscheinlich irgendwann muss man das Kunstwerk mal weglegen und das jemand anderem überlassen. Sonst ist man Jahre dran. Also das geht sonst gar nicht auf. Und bei dem Sie lieb, wir wollen ja nicht zu viel auch verraten, dass es dann auch spannend bleibt, das zu lesen. Aber es geht ja zentral auch um Emotionen. Das hast du heute ja schon ein paar Mal erwähnt. Fast nur. Und das ist ja ein interessanter Überschneidungspunkt, weil bei der Homöopathie die Emotionen ja eins der zentralensten, nein, das ist nicht ein Wort, was existiert, eins der zentralen Elemente sind von den emotionalen Befindlichkeiten des Patienten ist ja bei uns wirklich einer der wichtigsten Bestandteile. Und das in deinem Roman auch. Wie hast du das ins Zentrum gestellt, weil man liest ja, Emotionen ist ja eher was, was man fühlt. Ja, also ich glaube, ein Buch ist die Handschrift des Autoren, das zeigt, wie der Autor tickt, egal über wen er schreibt oder über was er schreibt. Und ich bin, glaube, kann ich so behaupten, Emotion pur. Also von A bis Z auch da mit allen Emotionen. und ich kann gar nicht anders, das ist wie mein Alltag oder wie mein Umgang mit anderen Menschen oder mit mir selber, ich kann nicht anders als über Emotionen schreiben. Das geht für mich gar nicht anders. Kannst du vielleicht, ohne dass es jetzt aus dem Buch sein muss, erklären, wie schafft man das, eine Emotion schriftlich zu wecken? Ich kann ja nicht schreiben, sie war lustig. Also ich stelle mir das noch schwierig vor. Wie kann ich das nachher auch in die Schriftform übersetzen, dass das nachher auch eine Emotion weckt? Ich meine, das kann man ja nicht kontrollieren natürlich. Es weckt wahrscheinlich in jedem auch eine andere Emotion, je nachdem, wie ich natürlich zu dem Thema stehe. Aber wie schafft man das, literarisch umzusetzen, dass das, was du ja fühlst, nachher sozusagen auch für dich einigermaßen transparent dann auch in dem Buch dann ist? Das ist eines der Kunstwerke, die man vollbringt in einem Buch, den Leser zum Gefühl zu bringen, ohne darüber direkt zu schreiben. Und das passiert einfach, indem man sich so in dieses Gefühl hineinfühlt und das dann versucht zu schreiben, eben ohne zu schreiben. Also das ist schon, ich hatte auch mal einen Schreibkurs besucht bei einer Autorin, die hat gesagt, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir dem Leser nichts aufdrängen, dass wir dem nicht sagen, Hans ist jetzt unglücklich, sondern dass wir den Gefühler, den Leser mit dem Gefühl in Verbindung setzen und ihn dazu bringen, zu fühlen, dass der jetzt unglücklich ist. Man muss das so umschreiben, dass der Leser das fühlt. Und das ist genau das, was ich so mag, egal mit welcher Arbeit die Menschen zu berühren. Ich versuche das mit allem, sei es mit meinen Worten, die ich ausspreche, mit denen ich schreibe, mit allem. Ich glaube, weil ich so emotional bin, schaffe ich das irgendwie, die Menschen damit auch zu berühren. Ich kann das aber irgendwie fast nicht in Worte fassen, merke ich. Das ist die Kunst. Das ist wirklich die Kunst, ja. Kunst ist immer dann, wenn man es nicht in Worte fassen kann. Wahrscheinlich schon. Vor allem bei den Gefühlen, die sind so einzigartig. Wie ist es für dich, dann dabei zuzuschauen? Kommt sie dann auch in Rage beim Schreiben? Ist sie dann auch in den Emotionen? Sie schreibt eher für sich. Okay. Aber es kann ja sein, dass sie dann gerade einen Teil fertig geschrieben hat und dann kommt sie in der Emotion noch hoch. Nein, nein, nein. Eigentlich nicht. Was spannender ist, ich habe dann immer wieder Ausschnitte gelesen oder sie hat vorgelesen, wie findest du diese Passage und so. Und ich habe dann jeweils gestaunt, wie kannst du das? Und interessanterweise entdeckt man dann aber auch gewisse Parallelen mit Bekannten, also mit bei sich selber oder auch mit bekannten Personen, mit Freunden oder so. Also es fließt ja immer auch inhaltlich etwas von dem ein, was man erlebt hat. Und so das nähere Umfeld findet sich zum Teil wieder im Buch, wenn man es liest, oder? Weil halt dann eben ja, das verarbeitet wird, zum Teil, was man auch selber erlebt hat. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig, dass genau ja die Situation auch so lebensnah ist. Das ist ja oft die Schwierigkeit, weswegen bestimmte Leute dann, glaube ich, mit Fantasy auch nichts anfangen können. Wenn es dann zu abstrakt wird, habe ich Mühe, mich emotional darauf einzulassen, weil was ist ein Zwerg? Und deshalb ist es ja dann auch so, dass einem das schnell vertraut vorkommt und dann hat man es geschafft, oder? Also wenn mir die Situation vertraut, denke ich, genauso habe ich das mit meiner Frau auch. Da bin ich ja sofort in der Emotion drin, weil ich es selber kenne. Genau. Sehr gut. Was möchtest du uns noch über das Buch sagen? Dann kommen wir noch zu eurem tollen Projektanschluss. Ja, ich bin oft selber überrascht, wenn ich wieder in meinem Buch blättere, in meinem Roman, sie liebt, und Passagen lese, bei denen ich manchmal denke, habe ich das geschrieben? Also ich meine, es gibt in dieser Geschichte auch sehr viele, wie soll ich das sagen, aber so fast ein bisschen psychopathische Abschnitte, also wo ich mich echt frage, woher das alles kommt. Oh, das habe ich mich auch gefragt. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass das für Thomas komisch war, zum Teil zu lesen, weil wie komme ich auf diese Gedanken? Das ist etwas ganz Spezielles für mich, was diesen Roman betrifft und auch die Feedback, die ich erhalte. Ich vergesse dann manchmal, dass der Roman ja eigentlich gut ist. Also ja, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber dann bekomme ich wieder solche Feedback, dass das gefallen hat, dass die Leute kaum aufhören konnten zu lesen und ich denke dann, echt? Das, was ich geschrieben habe, also da merke ich, da bin ich irgendwie noch nicht so weit. Also das darf noch passieren. Ich finde, der Inhalt ist das eine, aber der Schreibstil macht auch sehr viel aus. Absolut, genau. Und ich bin ja Außenstehender bei diesem Buch, ich darf das schon sagen. Es liest sich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also es fließt einfach und wenn man auf einer Seite ist, will man wissen, wie geht es weiter und das haben auch viele schon so gesagt, sie konnten nicht mehr aufhören und das Buch nicht mehr zur Seite legen. Man will immer mehr wissen, mehr wissen, dann spitzt sich es zu und dann denkt man so, jetzt ist der Höhepunkt erreicht und dann kommt tatsächlich noch ein zweiter oder dritter Höhepunkt. Und das ist so irgendwie das Faszinierende, wo ich denke, das muss jemandem schon gegeben sein. Und das macht dann eben den Schriftsteller aus. Das war auch mein Ziel. Ich wollte auch, dass der letzte Abschnitt musste nochmal zuerst ein bisschen Ruhe einkehren und dann nochmal zack. Also ich wollte, dass der Leser das Buch weglegt und denkt, echt, ist das jetzt echt so am Schluss noch so gewesen und dass das Buch noch in den Gedanken bleibt. Das war mein Ziel und ich hoffe, dass ich das so erreicht habe. Ja, wenn die Feedback so gut sind, offensichtlich. Jetzt habt ihr daraus ja was noch, das weiterentwickelt im Prinzip. Es ist jetzt ja zwei Jahre alt, das Buch, das habe ich herausgefunden und ist ja dadurch auch ein bisschen gewachsen jetzt durch das Projekt, was ihr dann noch jetzt macht. Ja, wir machen eine szenische Lesung. Also ursprünglich kam die Idee von der Buchwerb-Message vor zwei Jahren. Da habe ich gesagt, nein, ich stehe nicht vor die Leute und lese in meinem Buch. Das ist nicht meins. Ich kann das nicht. Ich möchte das nicht einfach so vorlesen. Und ich hatte da spontan rasch die Idee, vielleicht zwei Monate vorher machen wir doch so eine kleine szenische Lesung draus. Ich habe dann ein paar Leinschauspieler gehabt. Wir haben das kurz so zwei, drei Mal ein bisschen geprobt, was Kleines geschrieben, vorgestellt und ja, eben die Kinder waren da noch klein. Ich hatte da wenig Zeit, dem Buch viel Zeit zu widmen, dieser Buchwerb-Message viel Zeit zu widmen. Und ich habe gewusst, irgendwann werde ich diese szenische Lesung nochmal machen, aber in einer grösseren Form. Ich finde die Geschichte so cool auf die Bühne bringen und möchte das noch professioneller machen und habe dann neue Schauspieler gesucht. Und ja, da hat sich jetzt etwas entwickelt, was wir aufführen, das haben wir alle gar nicht so erwartet. Es ist immer noch eine szenische Lesung, das heisst, eine Person liest, das ist unsere Hörbuch-Sprecherin und die Laien-Schauspieler spielen dazu und haben auch immer wieder ein bisschen Sprechtext. Aber irgendwie ist da viel mehr Professionalität hereingewachsen, als ich das überhaupt gedacht habe. Und zwar, weil wir so eine coole Runde an Leuten haben, die, wir kommen da zusammen und da wächst was gemeinsam, weil jeder inspiriert ist und motiviert ist und ganz viel dazu beiträgt und einfach was richtig Geiles draus machen will. Und das sind schon die Proben, die sind, das ist wieder der Weg, ist das Ziel. schon alleine das, wenn wir dieses Feuer dann so auf die Bühne bringen, dann ist alles schon erreicht, was wir wollten. Super. So von Porträts zu Roman zu das Verbinden, Ja, genau. Weil der Schauspieler ja wieder was Eigenes mit reinbringt, Absolut. Was ja im Vorfeld, wenn ich ein Buch schreibe, da habe ich ja auch eigene Bilder. Also das ist ja auch, was viele sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Buch lesen und dann eben den Film gucken, wie zum Beispiel bei Herr der Ringe bei mir war, dass ich halt merke, es hat meine innere Fantasie von dem Buch, ich kann das nicht mehr lesen. Weil ich immer dann die Hollywood-Bilder in der Birne habe und meine eigenen Bilder, wie ich mir das alles vorgestellt habe, wie niedergetrampelt hat, oder? Deshalb habe ich auch dann vermieden, zum Beispiel jetzt den Hobbit zu gucken, auch wenn das wahrscheinlich ein grandioser Film ist und das mich auch so ein bisschen reut, aber ich merke, dass mir das eigene zu bewahren noch wichtig. Im Film werden dir halt die Bilder vorgegeben und im Buch kannst du sie dir selber machen. Aber mit einem Schauspieler ist das nochmal was anderes, finde ich, als ein Film. Weil der bringt ja dann wirklich auch jedes Mal neu auf der Bühne, das ist ja dann nicht jedes Mal gleich und je nachdem, wie ist der jetzt in Stimme und so, ist das dann ein variabler Abend. Das merken wir schon in den Proben. Aber was cool ist, wenn man zuerst das Visuelle hat und erst nachher liest, ein Buch beinhaltet natürlich noch immer viel, viel mehr und jedes Thema noch viel intensiver. Also wenn einem das Visuelle gefällt, finde ich, lohnt es sich auch immer noch, das Buch zu lesen, also das dazugehörige Buch, weil dann so viel Inhalt noch geboten wird, der einfach wichtig ist. Oder dann eben die Feinheiten von dem Zopf. Ja. Also es merkt man ja, wenn man dann mal wieder ein Buch verfilmt gesehen hat, dass halt auch bestimmte Handlungsstränge komplett meist rausgenommen werden, weil das dann im Film nicht umzusetzen ist, was aber denn das Buch natürlich kann in der Langsamheit des Lesens. Und szenisch, um dann noch vielleicht für den Begriff, weil ich kannte den bisher eigentlich nicht, ich habe das erst bei euch kennengelernt, was szenische Lesung überhaupt bedeutet. Vielleicht das nochmal erklären für die, die es nicht wissen. Ja, also ich glaube, da gibt es gar nicht ganz viele grosse Regeln oder ich wüsste oder kenne diese nicht. Also wichtig dabei ist wirklich, dass die Schauspieler nicht den Hauptsprechtext haben, sondern die Sprecherin jetzt bei uns. Und wir stellen das zzenisch dar auf eine sehr einfache Art. Also wir haben da kein grosses Bühnenbild mit raritrara, sondern auf eine sehr einfache Art. Aber wieder, was ich vorgesagt habe, vor allem mit Emotionen. Die bringen wir auf die Bühne. Also so eine Mischung zwischen Theater und Lesung. Genau. Es wird nicht nur vorgelesen, aber es wird auch nicht alles gespielt, sondern es wird gelesen und gespielt. Also ich werde auf jeden Fall kommen, wir haben heute schon diskutiert, wer wann wie wo geht und sind daran, die Termine zu finden. Und ich habe auch schon gesagt, Yvonne und ich, wir werden uns dann mal hinsetzen und was raufsprechen. Dann könnt ihr unser Feedback dann sehen. Facebook oder YouTube oder wo wir es dann hochladen. Das wird nicht in den Podcast kommen, aber sicher über Facebook und so, weil habe ich noch nie gesehen und es machen wir dann, wenn wir es beide gesehen haben, dann machen wir dann noch was drüber. Ja, euch gehört der Abschluss, wenn ihr wollt. Gibt es noch was, was zu sagen wäre? Irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was wichtig wäre für euer Projekt, für den Verlag über Homöopathie? Also ich würde gerne zur Homöopathie noch was sagen. Ich kann einfach jedem empfehlen, ja, Augen und Ohren offen zu halten, sich bewusst zu sein oder besser gesagt, bewusst mit dem umzugehen, was man erlebt und was man sieht und nicht einfach nur rasch eine Entscheidung fällen, wenn es irgendwie geht, sich auch da die Zeit nehmen und schauen, was wann nötig ist und welche Kontaktpersonen man sich suchen kann. Ich finde, eine Begleitung von Menschen, bei denen man sich wohl fühlt und wo man irgendwie sich sicher fühlen kann, finde ich extrem wertvoll. Ja, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Schön. Ja, dem kann ich mich anschliessen. Also ich sehe es auch als Begleitung und nicht irgendwie eben nur für akute Fälle. wenn es nötig wird, dann braucht man medizinische Hilfe, aber es ist, für die ganze Familie, finde ich, ist es sehr wertvoll zu wissen, man hat eine Ansprechperson, die kennt mich und die Familie ganzheitlich, die nimmt das wahr und die verschreibt auch wirklich nur dann etwas, wenn es sein muss oder weist weiter, wenn die Homöopathie vielleicht einfach nicht das richtige Mittel ist. Das gibt Extremsicherheit und gerade mit Familie, denke ich, auch so die Notfallnummer zu haben, da ist man einfach gut aufgehoben. Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese ein bisschen andere Folge gefallen, aber das eben das Krux mit mir, Individualität heißt einzigartig, so darf auch jede Folge ein bisschen was Neues haben und heute der erste Versuch zu dritt und ich werde es mir nochmal anhören, aber so mein jetziges Gefühl sagt, das war eine Bombenfolge. Ich hoffe, euch hat das genauso gefallen wie mir, weil das kann ich mir jetzt schon sagen, es hat mir mega Spaß gemacht mit euch beiden zu reden und dann ist es sowieso meist super. Soll man sich immer machen, am Ende des Podcasts sich selber lohnen. Ganz wichtige Regel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Zuhören. 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 Zuhören.